Mit seinem massiven Kühlergrill, Außenspiegeln, Stützen und leistungsstarken Stellzylindern ist dieser LEGO Technic Containertruck ein robuster 3-Achser für schwierige Aufgaben. Das realistische 2-in-1-Modell kann in seinem Ladecontainer jede Ladung transportieren und sie mit Hilfe der Stellzylinder wieder abladen. Mach Dich bereit, richtig schwere Lasten zu bewegen. Kann auch zu einem Straßenhobel umgebaut werden. Die Bauanleitung gibt es als Download auf lego.com Die Bauanleitung